Immer. Bad Wildung nimmt zum dritten Mal am Stadtradeln teil, eine Aktion des Klimabündnisses, um Menschen, Mitmenschen zu motivieren, verstärkt mit dem Fahrrad zu fahren. Vor zwei Jahren haben 40 Personen in Bad Wildung mitgenommen, im letzten Jahr schon über 100. Und wir hoffen, dass wir das nochmal verdoppeln, sodass viele in Bad Wildung Radkilometer sammeln. Mein Name ist Manuel Luxemburger, ich bin der Stadtradl-Star. Die drei Wochen Stadtradl in Bad Wildung, die werde ich als Motivator mit begleiten. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit. Ich arbeite in Frankenberg. Und das soll für jeden so ein bisschen Motivation sein, sich aufs Rad zu setzen und halt seine Wege, die er normalerweise mit dem Auto fährt, auch mit dem Rad abzulegen oder zu fahren.